Baudelis vs. Carlos Äh, meine Beine sind immer noch kaputt, aber ist egal. Wir sind ein BW Superstar und wir können alles. Naja, wir sind jetzt nicht unbedingt Highflyer oder so, aber wir können alles. Unter dem Hashtag Ähm Carlos crushes Baudelis Könnt ihr jetzt alles sehen, was die Nutzer von WW Universe weltweit über das Match denken. Schalt auch du ein und sei ein Kaliwa Äh Äh Baudelis ist out Coming to Kaliwa Was auch immer sein soll Das sieht so toll an Das sieht so toll an Oh, keine Baudelis Baudelis The Reversal He switched his leg And there's the STO Oh man, come on, ref, don't let him do that Das erste Match gegen L Das erste Match gegen L Das erste Match gegen L Und der Was ich heute aufgezeichnet habe, das war super Angefangen, fertig gemacht und so, das war, wir waren echt overrated Und Aber dann nach und nach die Matches Na ja, waren auch andere Gegner And there's a hard right hand With a 180, Baudelis the Reversal Oh gosh, there's no telling how much damage that did The future unloads He's putting those educated feet to good use Oh, talk about getting flattened That'll leave a mark Big kick echoing around the arena He does it again Oh, good lord Ein, ein Big Boot nach dem anderen hier Ah, das war zu What's this? The quick kick Can you hear how his leg connected? This is dangerous One word describes this assault Punishment He's absolutely punishing his opponent here And he breaks the hold I guess he wants to try something else I don't know what more you'd want to do to another man And he hits the neckbreaker He drops the elbow Look at Bo down That's it He's done The code The future He drops the elbow Look at Bo down That's it He's done I must say In real I've never seen Bo Dervis In that punchline That was last year And there he goes Under the bottom rope And maybe some more Well, NXT is at the moment Not at the moment Not at the moment Not at the moment I'm going to go to the head I'm going to go to the head Oh, no Look at those eyes Oh, yeah, this could be big Oh, yeah, this could be big Oh, man, ey What a move What a move And you see it One, two, three One, two, three Fuck 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 Let's go to the highlights here And now the action we saw you Here is your winner Bo Dallas Well, at least one superstar is happy that this one's over You said it The only good thing for him is that the beating stopped To the first time Unser Match steht an Sei besser bereit Du musst dir bestes geben Damit ich wie ein Champion aussehe Wenn ich dich schlage Na Blöd Schwätzer Hä? Ganz einfacher Blöd Schwätzer Werd ma Kennst auch du Jemanden, den du nicht kennst So was solls geben Haben wir auch einen Hell in a Cell-Match? Carlos vs. Baron Blade. Hell in a Cell. Aber bestimmt kein Hell in a Cell-Match. Nee, leider nicht. Da ist der Bell! Und hier geht's! Der Big Boom geht ab. Und er hat mit der Kraft von einem großen Rigg. Er hat ihn ab! Oh, er hat das alles auf die Spine genommen. Was ist das für ein Loser hier? Er kann gar nichts sehen. Bestimmt ist das der Opener. Wollen wir mal in den Backstage-Bereich gehen? Und den Knopf drücken, dass der Käfig runterkommt? Hä? Oder ist das so eine Fernbedienung, den Lala in der Handtasch hat? Ähm. In seiner Tasche. Ein picture perfekter Backbreaker hier! Mann, das war ein fischendes Elbow-Drop! Es ist kein Wunsch! Oh, 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 oh. Es wird so nehmt. Es wird so nehmt. Ja, was ist das? Oh, 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 oh. Oh, what a painful kick! He's going to the top rope. I don't like how slow he is to react right now. Ah. He was one step ahead on that one. Yo. Oh. Steh jetzt auf. He wastes notes and the shoulders come up. No, I'm not going to wait for a victory. Looking to build momentum. And now I'm going to the left and slide. Oh, I'm kidding. Oh, süß. He's heading back up! Ah, fuck. Oh, what you got in mind. Oh, 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 yeah. Dann könnte ich immer hier aufstehen und drücken wie ein Bekloppter hier. Wenn du so in Kontrolle stehst, möchtest du alles an deinen Gegner. Und das könnte sein, was wir hier sehen. Also hoffen wir, hoffentlich gewinnen wir jetzt hier. Das wäre so, awesome, this is awesome. Also ich bin hier ganz, immer wenn ich, also wenn ich bei anderen Sachen aufnehme, dann kann ich ja nicht so reden wie, also bei Minecraft kann ich über andere Sachen reden. Aber jetzt bei den anderen beiden Let's Plays, da kann ich jetzt nicht so reden. Das muss man schon ein bisschen ernster machen und so. Logisch kommt ja immer drauf an, was man aufnehmen, was man damit erreichen, wenn man alles mögliche ist. Das kommt immer so drauf an. We are the true champion. Every time he has to get up, it takes more and more effort. Uh oh, look at this! You son of a bitch, dude! Und jetzt, now, the twist of fate, and this is the end of this match. Und wer sieht gut aus? Natürlich, hoffentlich wir. Und wir sind so ein hotspot. Und wir sind die hips grillen. Und wir sind die beiden motivation. Und wir sind so wenigeования. Und wir sind die wacky WWE Championinnen. Und wir sind die hinzu. Hier ist dein Winner, Carlos! Mann, was ein Konzert! Wir haben sicherlich nur einen für die Ängste gesehen! Carlos, der Winner!